In ihrem letzten Video argumentiert Katja Meier, dass offene Daten ein wichtiger Schritt sind, um das Vertrauen und die Verantwortung im Zeitalter von künstlicher Intelligenz und Big Data zu stärken. Dazu sind für Katja Meier zwei Dinge entscheidend. Eine gesetzliche Verpflichtung zur Offenlegung der Funktionsweise von Algorithmen und KI-Anwendungen. Und eine offenere Wissenschaft, die Transparenz, Zugänglichkeit und Reproduzierbarkeit in der Forschung fördert. Um das Vertrauen der Öffentlichkeit zu gewinnen, braucht es Fairness, Offenheit und Wissensaustausch auf allen Ebenen. Sowohl in der Wissenschaft als auch in der Entwicklung neuer Technologien. In Zeiten von digitaler Transformation und Big Data erfährt das Verständnis vom Vertrauen und Verantwortung einen Wandel. Die fortwährende und schnelle Entwicklung neuer Technologien, das ungeheure Ausmaß an Daten und die Komplexität der soziotechnischen Systeme erfordern neue Verantwortlichkeiten. Zurzeit diskutierte Gesetzesvorschläge in der EU fordern eine öffentliche Rechenschaftspflicht für risikoreiche künstliche Intelligenzanwendungen. Sollte eine strenge Auslegung dieser Public Accountability kommen, so würde die Industrie neue Technologien, Algorithmen und Trainingsdaten teilweise offenlegen müssen. Offenheit ist auch in der Wissenschaft ein wichtiges Thema geworden. Die Covid-Pandemie hat gezeigt, dass die Wissenschaft durch die globale Kooperation und das offene Teilen von Daten und Methoden schnell und effektiv sein kann. Offenheit stärkt aber auch das gesellschaftliche Vertrauen in die Wissenschaft als Institution. Laut einer Umfrage waren 87% der Befragten der Meinung, dass es wichtig oder sehr wichtig ist, dass die Öffentlichkeit freien Zugang zu von öffentlicher Hand finanzierten Forschungsergebnissen hat. Auch das Vertrauen in die Demokratie und die Bereitschaft, sich für sie zu engagieren, lässt sich durch die Offenlegung und Nachnutzung von Verwaltungsinformationen steigern. Wie in der Demokratie zählen Offenheit, Transparenz, Fairness und das Teilen von Wissen eigentlich zu den Grundprinzipien des wissenschaftlichen Kodex und damit der wissenschaftlichen Verantwortung. Doch in einer Kultur des Wettbewerbs und des ständigen Erfolgsdrucks wird genau dieses Teilen von Wissen nicht ausreichend wertgeschätzt und unterstützt. Ja, es wird sogar vorsätzlich verhindert. Offenheit macht zudem überprüfbar und damit verletzlich. Und schließlich ist das Öffnen und Teilen von Wissen aufwendig und erfordert entsprechende Ressourcen, nicht nur in Krisenzeiten. Als offene Daten werden frei verfügbare Daten bezeichnet, die von allen zu jedem Zweck genutzt, weiterverbreitet und weiterverwendet werden können. Daten können geöffnet werden, sofern dem nicht technische, juristische, wirtschaftliche oder ethische Gründe entgegenstehen. Offene Daten müssen in einer Weise beschaffen sein, dass sie leicht zugänglich, verständlich und nutzbar sind. Dazu gehört, dass sie in einem gängigen Format bereitgestellt werden, dass sie mit ausreichend Metadaten versehen sind, um ihre Herkunft und Qualität nachvollziehbar zu machen und dass sie in einer Art und Weise bereitgestellt werden, dass man sie leicht mit anderen Daten verknüpfen kann. Sowohl die Daten als auch die Metadaten sollten damit den FAIR-Prinzipien entsprechen, also findable, accessible, interoperable und reusable sein. Die Verantwortung für die Rechtmäßigkeit, die Qualität und die Verfügbarkeit der offenen Daten liegt bei den Institutionen und Einrichtungen, die die Daten erheben und bereitstellen. Dies können Regierungsbehörden, Unternehmen oder wissenschaftliche Institutionen sein. Sie müssen sicherstellen, dass die Daten korrekt erhoben und verarbeitet wurden und dass sie ethischen und rechtlichen Normen entsprechen. Zur Archivierung von offenen Daten bieten sich institutionelle, disziplinspezifische oder disziplinübergreifende Repositorien an. Forschungsdatenrepositorien sind gute Beispiele dafür, wie man solche Daten langfristig speichern, kuratieren und für die Weiterverwendung bereitstellen kann. In Zeiten von Big Data ist Offenheit besonders wichtig, da die Datenmengen oft so groß sind, dass sie von einzelnen Akteuren nicht mehr alleine verarbeitet und überprüft werden können. In einer offenen Kultur der Wissensproduktion können mittels digitaler Kooperation Daten und Methoden zusammengeführt, kontrolliert und weiterverwendet werden. Für die Politik und Verwaltung, für die Wissenschaft, aber eben auch für die Industrie. Neben Unternehmen sind Verwaltungen und Behörden die wichtigsten Produzenten von Big Data. Die Open Government Data Bewegung tritt für die Offenlegung von nicht sensiblen Daten aus dem öffentlichen Sektor ein. Nicht nur, um Transparenz und Rechenschaft der öffentlichen Verwaltung und Politik zu verbessern, sondern auch, um mehr Verantwortungsbewusstsein und Partizipationsmöglichkeiten zu schaffen. Schließlich können offene Verwaltungsdaten auch für Unternehmen interessant sein. Man denke etwa an die Öffnung der Transportdaten des öffentlichen Verkehrs für Google Maps oder die Verarbeitung von Wetterdaten durch Versicherungsunternehmen. Open Data ist ein Teilbereich der Open Science Bewegung. Open Science bezeichnet die freie Zugänglichkeit, Nutzbarmachung und Weiterverarbeitbarkeit von wissenschaftlichen Erkenntnissen und Outputs. Zu denen neben Daten auch Methoden, Bewertungsverfahren, Infrastrukturen, Citizen Science und auch Lehrmittel zählen, Open Educational Resources, so wie dieses Video. Besonders die Öffnung der Methoden ist für die Entwicklung von Big Data Technologien wichtig. Denn obwohl man annehmen könnte, dass die Beschreibung der Methoden zentraler Aspekt wissenschaftlichen Arbeitens ist, sind Forschungsergebnisse aufgrund mangelhafter Methodendokumentation oft nicht im Detail nachvollziehbar und vor allem nicht reproduzierbar. Eines der bekanntesten Beispiele der Öffnung von Methoden ist die Open Source Bewegung, die seit den 1970er Jahren Programmcodes öffentlich zur Verfügung und zur Diskussion stellt. Neben der Nachvollziehbarkeit und Reproduzierbarkeit wird dadurch auch anderen ermöglicht, auf Basis des schon existierenden Codes die Methodenentwicklung voranzutreiben. KritikerInnen sehen in der Open Science Bewegung die Gefahr der noch schnelleren Kommerzialisierung öffentlicher wissenschaftlicher Forschung und damit den Verlust von wissenschaftlicher Freiheit im Sinne der noch stärkeren Ausrichtung der Wissenschaft nach marktorientierten Forschungsthemen. Diese Gefahr besteht tatsächlich, wenn es nicht ausreichend Anreize und Wertschätzung für offene Wissenschaft gibt und starke Institutionen auch offene Infrastrukturen betreiben. Die Big Data Forschung verzeichnet hier jedenfalls einen gegenläufigen Trend. Viele zentrale Algorithmen und Datensätze sind offen zugänglich, werden von Forschung und Unternehmen gleichermaßen verwendet und weiterentwickelt. Auf Plattformen wie GitHub finden sich auch viele offene Daten von Unternehmen. Ein Beispiel dafür ist das Feld der automatischen Gesichtserkennung. Automatische Gesichtserkennung ist eine Form der biometrischen Überwachung. Überwachungskameras im öffentlichen Raum können mit einer Software zur Gesichtserkennung verknüpft werden. So wird es möglich, die Bilder in Echtzeit oder nachträglich auszuwerten und abgebildete Gesichter darauf zu analysieren und zu identifizieren. Die Computerwissenschaftlerin und Woman of Color Joy Boulambini entdeckte, dass gängige Gesichtserkennungssoftware ihr Gesicht erst erkannte, als sie sich eine weiße Maske vorhielt. Sie stellte daraufhin fest, dass die verwendeten Trainingsdaten fast ausschließlich Fotos von weißen Männern enthielten und somit Menschen anderen Geschlechts oder anderer Hautfarbe schlecht bis gar nicht erkannt wurden. Das hat sie dazu veranlasst, sich mit Vorurteilen und diskriminierendem Verhalten von Computertechnologie auseinanderzusetzen und mit einer Gruppe von AktivistInnen gegen diese Form der Massenüberwachung vorzugehen. Diese Begebenheit, die auch in der wunderbaren Dokumentation Coded Bias nachzusehen ist, ist aber auch eine Parabel über die Vorteile und Herausforderungen von offenen Forschungsdaten. Denn was offen ist und gut für die Weiterverwendung geeignet, so wie die damaligen Datensammlungen von Bildern von weißen Männern, wird auch immer wieder für das Training von maschinellem Lernen herangezogen. Es ist nicht immer nur bedingt durch die Faulheit, selbst neue Datensätze zu generieren, sondern scheitert meist an den nicht vorhandenen Mitteln in der Forschung, solche Datensätze, die eine Population möglichst gut repräsentieren sollen, aufzubauen. Wären jedoch die Methoden und Daten nicht offen gewesen, hätte Joy die Algorithmen nicht überprüfen können und damit nicht zeigen können, dass bereits im Einsatz befindliche kommerzielle Software dieser Verzerrung diesen Bias unterliegt und nicht nur falsche, sondern auch diskriminierende Resultate erzeugt. Verantwortung und Vertrauen in die Entwicklung neuer digitaler Methoden benötigen daher mehr als nur Transparenz. Sie benötigen systematische Offenheit und damit die Möglichkeit der Überprüfbarkeit. Die Bereiche der offenen Wissenschaft stellen das dafür nötige Handwerkszeug zur Verfügung. Wissen kann so gerechter, inklusiver und sozial robuster produziert werden.